Kurz vor Ostern erhöht Verdi wieder den Druck auf den Online-Versandhändler Amazon. Die Dienstleistungsgewerkschaft hat an fünf deutschen Standorten erneut zu Streiks aufgerufen. In Bad Hersfeld legten Beschäftigte mit Beginn der Nachtschicht ihre Arbeit nieder, ebenso in Leipzig. Koblenz sowie Rheinberg und Werne folgten mit der Frühschicht. Verdi fordert für die Beschäftigten eine Bezahlung nach den Bedingungen des Einzelhandels. Amazon orientiert sich bislang an den schlechteren Vorgaben der Logistikbranche. Verdi fordert für die Beschäftigten eine Bezahlung nach den Bedingungen des Einzelhandels.